so moin moin und hallo und da bin ich wieder und ja pokémon schwert ruft ich habe zwar beiden felser termin gleich aber ich dachte mir ich nehme trotzdem noch mal kurz ein bisschen auf und versuche mich noch mal in die wasser arena und diesmal mit etwas anderem verfahren oder mit einer etwas andere methode jetzt und zwar werde ich erst mal mit anderen pokémon in dem fall gegen sie vorgehen und dann dementsprechend mit voll die dann gegen das letzte pokémon antreten und dann die situation ausnutzen dass ihre dynamics form da sozusagen raus ist und sie dann hoffentlich mein voidi nicht so hart fertig macht wie beim letzten kampf ich könnte auch noch trainieren aber ich will es jetzt mal so probieren weshalb man mit einer kleinen strategie umstellung funktioniert bei trainieren wir dann doch eher das langweiligste deshalb eher noch mal der neue versuch kann ich das überspringen hoppla ja hatten wir das schon höchst köpfchen blablabla aber meine pokémon weit aufgerissen aufgerissen augen okay fordert dich heraus oder die nicht wobei die aufgerissen augen war ja das verlegen leider mit dem pokémon nehmen wir den nachtteam jetzt jetzt an jetzt jetzt eu apple da stimmt identität auf event das war rausholen ja dann wird das level 24 oder da bleiben wir drin ja was diese schaden ich will es jetzt schon versuchen eigentlich nicht ich will ihn aus der dynamax voraus haben und ich glaube klammergriff könnte da erstmal gut was helfen um schaden zu zügen ich mag die musik nicht effektiv das ist egal deine maximiere bitte deine maximiere ich bin aber schneller so das macht keinen schaden das überlebe ich das wissen wir ja bereits wenn die initiative sinkt aber damit dann nochmal ein bisschen schaden das waren zwei runden die wir gestreut haben ja komm kira dachs und dann sind wir auch schon bei der dynamax form durch ein bisschen schaden reingehauen außer im crit sehr gut hier ein geschenk von uns nimm das deine flucht das sieht ja krass aus ein bisschen übertrieben aber okay das war's mit der dynamax form und jetzt komm ich dran das sollte mich nicht von hütten können na definitiv nicht wir wissen dass das normale heudi schon eine kaitlinge überlebt hat und trotz des regens jetzt wollte das nicht richtig geändert aber jetzt kommt ein kleiner gewitter verdammt viel schaden hoffnuss hoffnuss reicht sogar das ist aber okay es ist gesteinwasser es ist gesteinwasser das ist aber okay es ist ja auch das ist ja auch ich hoffe ich bin jetzt nicht mehr ich bin jetzt mal gut Ich habe ein Pokémon, das er im Stand halten kann. So könnte ich jetzt mit einer normal effektiven Makrowelle das regeln. Steinwasser, ok. Ich dachte die ganze Zeit Stahlwasser, aber ich war bei Stahl. Obwohl ich der stärkste Pokémon Trainer hier sein sollte, hast du mich am Ende weggespült. Das ist mein Handy wegen der Uhrzeit. Ich brauche doch die Uhrzeit. Wieso kam ich auf Stahltyp? Ich weiß es nicht. Diesen Arena-Orden hier habt ihr euch rechtlich verdient. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 30 fangen. Sieht so aus. Es wäre euer nächster Gegner, der Feuer-Arena-Leiter. So stark wie ihr jetzt seid, wird er sicher gegen euch kämpfen wollen. TM, Whirlpool. Hat sie nicht einmal angesetzt. In der Nachbarin von Kates Uniform bekommst du noch als Geschenke oben drauf. Nun hast du ihn also dem Wasserorn. Ich bin gespannt, wie weit du und deine Pokémon es noch schaffen werdet. Präsident Rose, erwarte dich bereits. Du trägst ihn im Restaurant Wayne Flucht hier in Kielten. Hier hast du seine Liegekarte mit seinem Foto. Nur falls du vergessen hast, wie er aussieht. Die Liegekarten interessieren mich so gar nicht. Das ist der tierste Liegekarte, ne? Aber mein, der Liegepräsident mag es nicht einmal in ihm warten lassen. Bitte begib dich daher unverzüglich zum Restaurant. Genau. Jo. Muss da von uns durch wenig gern versetzt werden. Ui. Hei mal meine Pokémon, vielen Dank. Das lief nicht optimal, aber... Hey. Es hat funktioniert. Nachdem ich endlich gecheckt habe, was für ein Typ das Pokémon ist. Ich meine, es sieht halt gar nicht... Keine Ahnung. Titankiefer. Irgendwie hat Titankiefer dafür gesorgt, dass ich mir dachte, es wäre... Stahl. Die Titankieferfähigkeit. Wasser. Ah. Präsident Rose kommt ab und zu inkognito hierher, aber trotzdem wissen alle Bescheid. Tüb 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 tüb. Ah, Yuri! Komm, lass uns deinen Sieg gebührend feiern! Ach was! Dich hat er also auch reingeladen? Oh, ihr kennt euch! Na wunderbar. Aber setzen wir uns doch erst mal. Keaton ist berühmt für seine delikaten Meeresrüchte, daher lege ich euch ans Herz, eine der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber mal ganz unter uns, in diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz vorzüglich, da ist ein Klingel draußen auf dem Geländer. Wie geht es sei übrigens Professor Magnolica? Ich hoffe doch bestens. Ich habe ihrer Forschung viel zu verdanken. Ihr wisst, stammt die Technologie hinter den Dynamax-Bändern, mit deren Hilfe mein Pokémon-Riesen-Großmann kann, von meiner Firma. Verdammt, nein, das sagt Rosé. Aber ohne Professor Magnolicas Forschung über die Wunschsterne wäre das nie möglich gewesen. Ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch kurz zu brechen bereitet. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer nur an ihre Forschung. Als ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, hat sie mir sogar einen Energiequellen-Detektor in die Hand gedrückt, so versessen ist sie. Einen Energiequellen-Detektor? Das sind diese Geräte, mit denen es erstmals möglich wurde, Energiequellen aufzuspüren. Mit anderen Worten also Orte, an denen dank eines erhöhten Aufkommens von Galapartikeln Pokémon-Dynam maximiert werden konnten. Aber dass Professor Magnolica so frustriert ist, höre ich ja gar nicht gerne. Ich würde alles tun, um mir zu helfen. Sanja, du solltest dir unbedingt einmal die Schatzkammer von Cross-City ansehen. Ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis des Dynamax-Phänomens in der Geschichte dieser Region begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass von den Sanja Einlass gewährt wird. Und verzeihen Sie meinen Drängen, Rosé, aber Ihr nächster Termin wartet. Schon? Aber ich hatte doch noch gar keine Chance, mit Juri zu sprechen. Nun gut, so bedaule ich es auch. Es lässt sich wohl nicht ändern. Es war mir ein Vergnügen. Ich weiß ja, dass er es gut mit mir meint, aber diese Schatzkammer klingt nach viel Arbeit. Naja, wenigstens sollte ich doch ein paar neue Anhaltspunkte von meiner Forschung über die Legende finden. Ich habe gehört, dass du dir den Wasserordner gekämpft hast. Glückwunsch! Kate zu besiegen ist kein Kinderspiel. Ja, wenn man sich so ansteppt wie ich, definitiv nicht. Ja, ein Drachen für Besiegt mit, schreit ja nicht. Kate und ich sind gut befreundet. Vielleicht sollte ich mal bei ihr vorbeischauen. Ist die Tage, Arena-Challenger. War ja ein tolles Essen. Du hast jetzt den Pflanzenordner und den Wasserordner. Ach ne, du hast jetzt den Pflanzenordner und den Wasserordner. Stimmt's? Als nächstes müssen wir Cabo besiegen, den Arena-Leiter von Engine City. Aber ich habe brandheiße Insider-Infos über Arena-Leiter, der Cabo für dich. Er legt nämlich gerade in der Gala... Er legt gerade nämlich in der Gala-Mine 2 ein Sondertraining ein. Wenn Cabo nicht in sein Stadion ist, zieht uns für das erste Nichts nach Engine City. Umschauen wir nicht einmal in der Gala-Mine 2 vorbei. Sondertraining ist genau mein Ding. Ich hoffe, dass du es gebrauchen könntest. Ich aber auch. Die Häuser kann mal rein. Die sahen so dekorativ aus. Ich habe auch die Liga-Tal von Jab Darien. Toll. Da kann ich rein. Uninteressant. Uninteressantes Haus. Ah, Oma. Ich weiß noch, dass Professor Magnolica zum ersten Mal die Ergebnis ihrer Forschungs- und Dynamics-Phenomen veröffentlicht hat. Die ganze Gala-Region war nach Ruhe. Bla, bla, blubber, blubber, Phase. Heute hat nichts angewiesen, aber ich muss meinen angetrossenen Bildschuss halten. Wenn sich Frau Sauerkack strahlt und glänzt, beißen die Pokémon gleich viel lieber an. Nur eben nicht heute. Ja. Ja. Okay, wir lassen. Viel bla, bla. Wir passen auf das Haus auf, solange unsere Eltern weg sind. Unser Pokémon hilft uns dabei. Wir passen auf das Haus auf, solange unsere Eltern weg sind. Unser Pokémon hilft uns dabei. Danke, Küppikinder. Man darf nie zu viele Pokémon aus dem Wasser fischen, sonst ist das Meer irgendwann leer. Wer gut angeln kann, ist immer auch ein guter Pokémon-Trainer. Warum? Weil die Seele ohne Schüsse und ein agglomerischer Veränderung reagieren muss, genau wie ein Trainer im Kampf. Hat etwas Wahres. Super, Alter. Easy. Ich erwarte Großes von dir. Okay. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Und zu erkennen, ob ein Filiz nur weiblich oder männlich ist, muss man schon genau hinsehen. Nicht so einfach, was? Ah, doch. Hier. Die haben zwei Antennen auf jeder Seite. Das ist nur eins. Wenn ein Arena zu schwach ist, steigt er in die Unterliege ab. Alles, was meine Mama kocht, schmeckt sehr klar, aber das Essen im Restaurant mag ich auch. Scheint ein sehr helles Ding zu sein, also schon Hut ab, wenn ihr das die ganze Zeit essen könnt. Was wir mit Arena-Challenger machen, die uns schnutzpüppig egal sind, wir besapotieren sie nach allen Regeln der Kunst. Wenn das nicht gefällt, lege ich dich schwer ans Herr, lege ich dich schwer ans Herr, lege ich dich schwer ans Herr, leg 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 ich dich schwer ans Herr. Wir sind nämlich nicht aus Pappe. Nein, nein, nein. Ich werde den unteren sprechen. Olé, 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 olé. Let's go, Marie. Schalalala. Sorry, ob er Tim Jero ist in der Arabischen Club. Will you be next für sie, für sie. Ja, überhaupt nicht verrückt. Selbst wenn man nicht kämpft, kann man sich seine Strategien durch den Kopf gehen lassen. Das macht auch Spaß. Es wäre so cool, wenn man in leeren Zugabteilen Pokémon-Kämpfe austragen könnte. In der einen Region soll es eine U-Bahn extra für Kämpfe geben, aber einer ist so weit weg. Ja, die U-Bahn-Kämpfe. Nein, ich wollte das. Hier ist nichts mehr, ne? Na, und in die Leuchtung können wir nicht. Also, hat sich das wenig. Oh, warte. Netzbälle. Jawohl. Hier ist anscheinend ein guter Angeswort. Oh, hier geht es auch noch runter. Oh, was haben wir denn hier? Ei, ei, ei. Magnet. Elektro-Tacken verstärken. Jawohl. Hast du zufällig einen Pico-Chiller und tauschst du das gegen meinen Baumboll? Bayer, äh, aus Berlin guckt die. Verkauf verschiedene Sachen für Duft und Rauch. Möchtest du was? Nein. Es macht nichts, wenn das gemeinsame Kochen mal daneben geht. Daraus wird immerhin eine witzige Geschichte für die Zukunft. Du verkaufst auch nur Sachen offensichtlich. Wenn du dich jetzt gut vorbereitest und fleißig trainierst, wird die Arena-Challenge ein Klaps. Shoppen zu gehen, bedeutet im Grunde, sich da Unentschlossenheit hinzugeben. Alles klar. Das sage ich auch immer wieder. Das und nichts anderes. Wenn ich in der Naturzone beim Angeln auf so ein riesiges Pokémon schloss, heißt es immer, alles oder nichts. Muschelglocke. Oh, das ist Sehgesang. Nee, nicht Sehgesang. Doch, kann das nicht Sehgesang sein, ne? Sah es damals auch so aus? Man kommt da jetzt bekannt vor mit so einem Muschelding, das immer wieder geheilt hat. Aber es ist nicht Muschelglocke. Die Glaminzweiß ist der perfekte Ort, um knallharter Pokémon zu finden. Wie den Elefanten. Der ist cool. Oh, du wieder. Du schon wieder. Das habe ich gerade gesagt. Ich habe einen Giradax vor, nur du solltest vielleicht nicht gegen mich kämpfen. Kämpfe gegen minderwertige Gegner sind eine unerträgliche Zumutung für meine Pokémon. Ich selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf dein Niveau herabzulassen, aber schaue ich mir, wie dich in ihre Schwanken zu weisen. Das ist irgendwo auch eine Akte Gnade. Wenn du dir tatsächlich einbildest, mich besiegen zu können, hast du meine Erlaubnis. Ich muss den Kampf herausfordern. Also, was sagst du, Schöchling? Ich wurde von Liga-Präsident Rosé persönlich auserwählt. Dass ich verliere, ist völlig undenkbar. Oh ja, Schöchling. Da konnte sich niemand an deinen Namen erinnern. Monozyto. Und Giradax. Wer hat hier wohl den Vorteil? Ich weiß nicht so recht. Vielleicht mal ein Giradax. Ein paar Fortschritte hast du wohl gemacht, aber wirklich nur ein paar. Kannst du es wohl nicht eingestehen, ne? Pornita. Pornita ist hier ein Feen-Pokémon. Ich habe keine Giftattacken. Ich weiß auch nicht, ob es weiterhin den Feuertypen hat. Es könnte Feuer-Fee sein, oder ist es nur Fee? Sieht einfach nur schön aus. Muss man ja ehrlich mal sagen. Es hat nicht mehr den Feuertypen. Es ist Psycho. Okay, es ist Psycho. Natürlich ist es Psycho bei dem Typen. Moly Morva, dann bleibt er also mit der Psycho. Na dann, Giradax. Weiter geht's. Oh, knapp. Sieben Kp. Das ist schon niedlich. Guck mal. Bisschen der Nadel geht es dazu. Ich habe heute wieder zu viel. Ich habe heute über... Ach, bin das sehr nett. Giradax gibt sich Mühe. Schau dir, schneid dir mal davon eine Scheibe ab, Waggon. Ausgezeichnet, wie du meine Pokémon da in die Enge getrieben hast. Nimm rüber. Hallo, du Clownsmütze. Schlafmütze? Ich weiß es nicht, dass du sein sollst. Aber ich weiß, dass du Nachttipp nicht sehr verkraften wirst. Also nicht sehr gut. Oder gar nichts. Sagen wir es mal so. Waggon ist Level 24. Du hast dir ein bisschen Mühe gegeben, also dachte ich mir, ich lasse dich mal gewinnen. Mhm. Na klar. Na schön, ich korrigiere. Ein Schwächling bist du nicht. Dafür aber ein Schwachkopf. Zu glauben, dass du die Arena-Challenge bestehen könntest, ist reiner Schwachsinn. Hier ist du schon mal einen kleinen Trostpreis. So, jetzt habe ich aber wirklich Wichtigeres zu tun. Mal sehen, wo könnte ich als nächstes auf die Jagd nach Wunstern gehen. Oh, das ist ein Pokémon. Das Galass-Hundschlick. Es ist un... Ne, es hat einfach noch keinen Schaden genommen. Heilige Scheiße. Okay. Stahl oder Gestein. Okay. Stahl oder Gestein kann es sein. Und ein bisschen mehr Damage. Damit wir es ein bisschen geschwächt haben. Oh, das war okay. Damit habe ich nicht gereicht. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Ich habe da mit gerecht. Hey, hey, hey. Nein, Vergeltung soll ich nur überleben, ich will es jetzt fangen, aber jeder Angriff würde dafür sorgen, dass mein Thermopod drauf geht. Och, er hat noch Lehmschuss. Ich hätte ein ganz schönes Repertoire an Attacken. Ich hätte einen Schluck feiert. Das gibt es doch nicht. Ich habe echt das Gefühl, wenn das Pokémon stärker ist als deins, dass die Wahrscheinlichkeit, es zu fangen, einfach so viel geringer ist. Ja, dann leck mich doch am Arsch an. Dann keine Gnade hier. Dann heile ich jetzt nochmal kurz meine Pokémon hier. Nee, nicht damit. Das wird jetzt sehr viele ärgern. Verschwendung! Hoppla. Nee, hier. Und. Verschwendung! So, ich werde was speichern. Und mich jetzt nochmal im Frusier-Termin aufmachen. So. Da sind wir. Können wir einmal angeln? Ich denke mal, wir angenein mal. Gucken mal, was es hier gibt. Schmerbe. Ach komm, brauche wir nicht. Ähm, ich bin nur die neuen Pokémon. Wir sind wieder in der Höhle. Also ist es eigentlich am cleversten. Ah, das ist ja hier. Zu biegen. Mein Pokémon ist heute total übermütig. Wir müssen mal kurz an dir Dampf ablassen. Martin fordert dich aus. Ein Waggon. Wui. Woi, die ist Level 25. Ach, das war's schon. Nach dieser Niederlage ist der Übermut. Verflogen. Boah, die entwickelt sich. Oh. Der sieht jetzt irgendwie fix aus. Es generiert Schum und lässt ihn zur Unterstützung beim Rennen in seine Beine fließen. Dadurch kann es drei Tage und Nächte ohne Pause rennen. Das klingt nach einer guten Initiative, wenn man bedenkt, dass... Wobei, die echt eine beschissene Initiative hatte. Boah. Oh, die Tankiefer. Nice. Drei finste Bälle. Ich falle halt trotzdem drauf rein, weil ich denke, irgendwann ist es vielleicht ein Pokémon. Überlebt so eine Attacke. Ja, easy. Entschuldigung. Das ist verdammt viel Damage. Das ist verdammt viel Damage. ja komm dann können wir das jetzt auch fangen das ist stahl starke stein kann auch nicht sein wasser und feuer ist dass wir jetzt sehen kranowicz bodenstatt das leben im mitten von stark eisenhaltigen schlamm führte dazu dass es einen robusten körper aus stahl entwickelte ich irgendwann ist es wirklich ein item ich habe keine lust mehr auf arbeit also lass uns kämpfen dann zeige ich dir mal meine muskel steffi 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 ok schreckt aber hoffentlich zurück ach nein tut's nicht trotz in der erhöhung na muss ich mich wechseln jetzt macht das auch gut schaden das ist alles das ist alles gut für pokémon kämpfer braucht man wohl andere muskeln als auf der baustelle griffklaue griffklaue kann ich mein chamofot gegen dieses pokémon hier trainieren schau 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 karippt perfekt also stimmt dann verteilt nicht und dann noch verbrennung vergangen und herrn es macht nur einräumen genau andere verteidigung und nein das wollte ich doch hey hast du mal eine minute du dir das auch an der arena challenge teil stimmt manometer ein echter arena challenger da schreit nach einem kampf hey was ist denn hier los juri ist das dein fanclub du bist ja bald fast so beliebt wie mein bruder sag mal geht es eigentlich doch wir sind gerade mitten in einem tiefsinnigen gespräch mit dem da macht platz überhaupt den zukünftigen champ boah guter witz nur schade dass er nicht lustig war wenn dir das nicht lustig genug war können wir gerne kämpfen einen echten trainer zaubert ein guter kam sofort ein lächeln aufs gesicht lass uns zusammen kämpfen juri bist du bereit unsere empfehlung für die arena challenge stammt vom champ höchstpersönlich wenn ihr nicht wisst was es bedeutet müssen wir es euch eben zeigen dann mal schön auf wir zeigen euch wie hart es bei der arena channel zu geht was tun diese knirche sich einfach zusammen unser plan war es doch hier zu warten und einen challenger nach den anderen abzuservieren dann 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 da ihr werdet so hart fertig gemacht werden von meinen schönen thermopod dann 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 nicht auf ihn gehen wenn ich auf ihn gehen schmerzen sagt elektro level 26 das tut ein kleopada ach wie niedlich ja geht alle auf volli so ist es gut diese kleine geile käfer denn 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 ist aber egal ich hab's überlebt mach's gut level 26 zusammen mit krano witz ich glaube ich heile mich einfach zur sicherheit bei ein hat heute coin ich pffe das in hier das im Jetzt könnten wir selbst einen Fanclub gebrauchen, der uns wieder aufbaut. Vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, wenn ich dich mit einer Tröte erschreckt hätte. Ich finde es nett, dass sie mir wenigstens noch eine Nummer vorgegeben. Ich meine, es sind ja nur die Bösewichte. Jetzt checke ich das erst. Dieser Knirch ist der kleine Bruder des Shams. Hätte ich nur auch so einen tollen großen Bruder gehabt. Wenn es darum geht, die Flucht zu ergreifen, macht Team Yale so schnell keiner was vor. Ab durch die Mitte! Du bist einsame Spitze, Yuri. Aber kein Wunder, bist ja auch mein Rivale. Aber von Cabo fehlt immer noch jede Spur. Wo steckt dieser Typ bloß? Da hilft nichts. Gehen wir noch ein Stück weiter. Vielleicht finden wir ihn ja tiefer in der Mine. Wohn Earthen Probierlich Wohn auch dass sie ist clever er macht jetzt wurde sie macht er ist kein tiefenlack so ich muss eger dachs noch trainieren das ist am schwächsten von der wäre meine güte meine stimme geht langsam flöten und kann ich früher ging das das interessiert mich jetzt ich habe ein sonderbonbon aber leider kein beleber ich habe schon lange nicht mehr ausprobiert ob das funktioniert ja es funktioniert okay ja wenn man kein beleber hat dann haben wir sonnebonbon ich jetzt habe ich noch thermoport vorne waren angestellter manfred fordert dich heraus der gute alte manni endlich dem mein 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 schnittprogramm mich ja geärgert hat und besiegt da kommen müssen wir bis 26 oh nix wird schon nichts können was die redaktion suck das das uns und uns und natürlich hat sie da wäre nur gut gewesen noch mal das war's du hast ja auch ordentlich dampf drauf sand klar er wieder immer noch muss ich nach hinten packen das bringt dir nix bis jetzt bei lektor level 27 ich bin euch ja dankbar dafür dass ihr mir bei meinem training zur hand geht aber ein waggon bei der arbeit zu stören ist völlig inakzeptabel wir wollten es doch gar nicht stören wir sind riesige fans vom waggon lass stecken alter nach dem kampf gegen den typen nicht so platt um mich weiter mit ihm zu streiten lass uns ne biege machen wenn sie wirklich wenn sie wirklich fans vom waggon wären hätten sie es nicht von der arbeit abgehalten gabu mann wie sie die zwei eben abgefertigt haben war einfach genial so stelle ich mir ein feuer arena leiter vor ah ihr müsst hopp und yuri sein die beiden trainer denen daian eine empfehlung geschrieben hat ich freute die zeit bis die ersten challenger in meinen scheiden auf dem sinn vernutzen und habe hier noch ein wenig trainiert hier in der galar mine 2 gibt es viele pokémon die den typ wasser angehören das ist der ideale trainings auch für jemanden wie mich der auf feuer pokémon spezialisiert ist aber es wird langsam spät wenn ihr die mine verlassen und geradeaus weitergeht gelangt ihr nach engine city quartiert euch dort im hotel ein und ruht euch gut aus damit ihr im top vom seid wenn ihr gegen mich antretet du solltest auch langsam umkehren waggon komm ich bringe dich nach hause morgen heize ich euch ordentlich ein mein bruder hat mir mal erzählt dass sich viele trainer an kabo die zähne ausbeißen und dann aus russi arena challenge hinschmeißen aber wir werden schon noch sehen wer hier wem einheizt das vergangen von eben war bestimmt hier um einen pokémon zu erledigen du weißt dass pokémon sind oder nein puh na gut dann muss wurde über der zukünftige schärmplanung dir das erklären in einem von der jenseiten notizentstand ist ungefähr so erklärt irgendwelche firmen oder leute suchen nach pokémon die ihnen bei verschiedenen arbeiten sogenannte pokéjobs unter die arme greifen die ausschreiben findest du bei rotomina aber in einem jeden beliebigen pokémon center okay vor aussieht engine city man bin ich alle ich werde mich im knospie in erstmal richtig schön aufs ohr hauen hier steht morgen der feuer arena leiter kabo auf dem plan und moge baum smog mo a smog an joa moge baum smog an noctu noch noctu heilen grüß dich junger trainer wärst du wohl so nett dich mit mir im pokémon kampf zu messen wahrscheinlich pokémon aber ist trotzdem doch weil ich mir nur klarstellen dass ich alter oma sind boxe madame katriona fahrt dich aus madame katriona fahrt dich aus madame katriona fahrt dich aus die radax gegen boldi nachtyp zack oh nö kein brüller und nö war nicht die beste auswahl die passieren konnte verdammt der ist ja elektro da war jetzt von mir nicht ach egal reicht lustig hab's kurz nachgerechnet flitiamo ja komm das ist ein psycho pokémon das ist eigentlich wie geschaffen für meinen geradax wünschen das kann wehtun das geht sogar da damage geradax ist level 24 jawohl wem ihr hättet ihr noch ahnen können dass du dich im kampf so geschickt anstellst ich weiß nicht ich bin arena challenger wer hätte denn da mit gerechnet dumme oma jetzt muss ich heilen hey du ja du la los stelle dich den kräftemessen mit einem polizisten das ist aber auch so cool alter ist das creepy der sieht unheimlich aus mit den glänzenden augen und diesen babyface und nimm die haare weg und das ist ein baby kopf schade nicht über die hälfte schade 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 bei schade 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 Dann gehen wir hier wieder hin.